Hallo und herzlich willkommen bei den Zwergperten. Ich bin Laura und wir haben heute mal was ganz exklusives für euch, nämlich ein Preview-Teaser-Video vom neuen B-Safe-Sitz. Und zwar ist das, was ihr jetzt hier seht, der Easy B-Twist Eyesize. Das ist ein Sitz, den kann man schon direkt ab Geburt verwenden. Es gibt ihn auch ohne dieses B, also nur als Easy-Twist Eyesize. Da hat er diese Babyschale hier nicht und ist günstiger und ihr könnt ihn dann nach der Babyschale verwenden. Wir konnten den jetzt ein paar Wochen testen, vorab sozusagen, und haben da für euch schon einiges herausgefunden und wir sind ziemlich begeistert, denn er hat die gewohnte B-Safe-Qualität, das sieht man schon, wenn man ihn anschaut, dass er unheimlich hochwertige Stoffe hat. Die Verarbeitung ist bei B-Safe immer super. Ihr wisst, das ist eine norwegische Firma, die also immer auf höchsten Sicherheitsstandards produziert und auch auf höchsten Qualitätsstandards. Was an dieser Babyschale besonders ist, ist, dass sie wirklich eine Schale ist und nicht nur irgendwelche reingelegten Polster. Das ist schon echt eine ziemlich coole Sache. Ihr seht, das Baby liegt auch hier wirklich gut drin. Kann man also machen, wenn man noch keine Babyschale hat und sagt, ich brauche das nicht mit dem aus dem Auto rausnehmen, dann ist das eine super Sache. Wenn ich sage, nö, Babyschale habe ich schon oder ich möchte gerne eine Babyschale, die ich rausnehmen kann, aber danach soll es rückwärts weitergehen und zwar drehbar, dann kann das trotzdem immer noch euer Sitz sein, denn ihr könnt ihn dann einfach, könnt ihr das hier entfernen. Also einmal kann man die Babyschale anpassen. Auch hier ist das relativ fest dieses Teil und dann habe ich immer noch diese Verkleinerung und das Teil kann ich dann nochmal rausnehmen. Und dann habe ich den kompletten Sitz. So, wir haben den Einsatz jetzt mal rausgenommen, damit ihr mal sehen könnt, wie das aussieht, wenn der Sitz wirklich groß gestellt ist. Denn er ist natürlich Eisleis typisch zugelassen bis 105 Zentimeter, also bis ungefähr vier Jahre und hat wirklich eine ordentliche Rückenlänge. Warum heißt das Teil jetzt Easy Twist? Ihr seht, der guckt zur Seite. Ich kann ihn rückwärts verwenden und ich kann ihn natürlich zum Einsteigen, wie ihr es gerade gesehen habt, zur Seite drehen. Dafür brauche ich nur auf einer Seite den Knopf betätigen. Da komme ich super dran und dann kann ich das hier zur Seite drehen. Und das Ganze kann ich in allen Ruhepositionen machen. Ich bin also nicht darauf festgelegt, dass ich das nur in einer Position drehen kann, sondern ich kann das auch hier in dieser Ruheposition drehen. Dann wird das wieder grün und ich sehe alles prima. Die Ruheposition, das seht ihr jetzt schon von der Seite, ist wirklich super schön. Man kann den natürlich aufrechter machen, bekommt dann ein bisschen mehr Beinfreiheit und dazwischen gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Und das besonders coole an der Ruheposition, was uns begeistert hat. Sie ist ziemlich unabhängig vom Auto, denn der Easy Twist ist darauf ausgelegt, dass er immer mit einer Neigung eingebaut wird. Das seht ihr, wenn wir jetzt hier runter schauen. Der liegt hier unten nicht auf, sondern hier ist jetzt relativ viel Platz, weil die Bänke hier in dem Bus sehr gerade sind. Damit ich weiß, wie ich den einbauen muss, gibt es hier eine kleine Wasserwaage und die muss immer hier in diesem grünen Bereich, muss das Luftbläschen sein. Dann weiß ich, richtig eingebaut. Das wird einfach über den Stützfuß geregelt und dann sehe ich hier die super schöne Ruheposition, die ich eben auch in Autos mit einer sehr steilen Sitzbank habe. Ansonsten habe ich hier noch den Sit Plus, den ihr von B-Safe kennt, also den besonders guten Seitenaufprallschutz. Ich habe hier, wenn ich das Kind rausnehme, wieder die Gurte, die sich an der Seite schön festmachen. Also ich habe wirklich einen super guten Zugang zum Sitz und zum Kind, wenn ich das jetzt hier reinsetzen möchte. Also wir sind einfach begeistert. Und noch eine Sache, die ich fast vergessen hätte. Hier fällt auch wirklich nichts rein. Weder Dreck, noch Spielzeug, noch Pixie-Bücher oder sonst irgendwas Schmales. Hier ist wirklich alles schön verkleidet. Das macht es unheimlich alltagstauglich und macht den Sitz weniger anfällig für irgendwelche Reklamationen. Also kurzum, wir sind ziemlich begeistert vom Easy Twist Ice Ice, den es auch mit einer Baby-Variante gibt oder eben ohne Baby-Variante. Ihr könnt euch gerne bei uns beraten lassen und euch den Sitz einfach anschauen in den Ladengeschäften. Wenn kein Ladengeschäft in der Nähe ist, natürlich kennt ihr ja unsere Online-Beratung. Einfach anrufen oder E-Mail schreiben, dann sind wir für euch da. Bis denn, tschüss!